Heute zeige ich euch die 20 Euro Münze 1200 Jahre Kloster Corway aus dem Jahr 2022. Es handelt sich um die letzte 20 Euro Münze für dieses Jahr. Die offizielle Ausgabe erfolgte am 22. September des Jahres. Im Jahr 822 wurde das Kloster an der heutigen Stelle des Schlosses gegründet und bereits elf Jahre später im Jahr 833 erhielt das Kloster Corway das Münzrecht für den Markt der Laien-Siedlung Corway. Während des 11. Jahrhunderts entwickelten sich dort auch eigene Münztypen und die lange Geschichte der Münzprägung an diesem Ort zog sich bis ins Jahr 1787. In diesem Jahr wurden die letzten Kupfermünzen zu den nominalen 2 und 4 Pfennig geprägt. Die Anlage ist seit dem Jahr 2014 UNESCO-Weltkulturerbe und das Besondere dort ist, dass man das älteste und einzige fast vollständig erhaltene Karolingische Westwerk der Welt besichtigen kann. Dieses Westwerk ist auch der Hauptmittelpunkt auf dieser Münze und ist eine architektonische Seltenheit und ein wichtiges Stück deutscher Geschichte, was zum Glück noch erhalten geblieben ist. Die Münze selbst, wie bereits erwähnt, ausgegeben am 22. September wurde in der Münze Stuttgart geprägt. Sie besteht aus 925er Silber mit einem Gewicht von 18 Gramm und hat einen Durchmesser von 32,5 Millimetern. Die Wertseite wurde gestaltet von Bastian Prillwitz, die Bildseite von Susanne Jünger. Die Randschrift der Münze lautet, wo der Himmel die Erde berührt. Was in diesem Jahr noch kommt statt einer 25 Euro Münze ist dann noch die 25 Euro Weihnachtsmünze in diesem Jahr mit dem Herrn Huter Stern und dann geht es im nächsten Jahr weiter mit 29 Euro Münzen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!